schenke leben spende blut beim roten kreuz warum sie blut spenden sollten nun sie retten menschen leben unter umständen ihr eigenes als ehemalige krebspatientin darf ich ihnen berichten dass fast 20 prozent aller blut spenden für krebs betroffene verwendet werden sie sind also als blutspender ein stiller lebensretter und begleiter von krebskranken es gibt noch einen anderen tollen effekt den warm glow ein effekt der bedeutet sie sind glücklich darüber anderen menschen geholfen zu haben blutspende termine im umkreis rostock 29 juli drk blutspendeinstitut stralsund 30 juli ärztehaus schweden schanze schwerin 31 juli institut nordstadt neubrandenburg 31 juli drk an der marienkirche ückermünde 1 august volkssolidarität weitere infos zu den terminen unter www.blutspende-leben.de slash termine schenke leben spende blut beim roten kreuz